Ich glaube, ich könnte jetzt schon aufhören, weil viel klarer könnte dieses Bild nicht sein. Du hast eine Versiegelung auf deinem Auto drauf. Du hast sie entweder selbst aufgetragen oder du hast sie auftragen lassen. Und jetzt fragst du dich, wie du diese Versiegelung am besten auffrischen, pflegen, nachpflegen oder toppen kannst, damit du möglichst lange was von dieser Versiegelung hast. Diese Frage wird uns so häufig gestellt wie kaum eine andere in der Autopflege. Und in der Regel rollen wir hier auf diesem Kanal, Sebastian und ich, mit den Augen. Das hat einen ganz spezifischen Grund, auf den ich in diesem Video eingehen möchte. Ich möchte dir erklären, welche Argumente für das Pflegen oder Schichten oder Auffrischen oder Topping von der Versiegelung sprechen, welche Argumente dagegen sprechen, damit du dir dann am Ende ein Bild machen kannst und für dich selber entscheiden kannst, ob es Sinn macht, wenn du dir eine schöne, eine gute, eine starke, eine langanhaltende Versiegelung auf dein Auto aufgetragen hast, dass du dir jetzt noch irgendwas anderes aufträgst. Das, worum es in diesem Video geht, hat viele verschiedene Namen. Man nennt es Topping, Layering, Schichten, Pflegen, Auffrischen, Nachpflegen und es gibt noch ein paar weitere Worte. Im Prinzip beschreiben aber all diese Worte das gleiche Phänomen. Ihr habt euch auf eurem Autolack eine Versiegelung aufgetragen und ihr überlegt euch jetzt, wie ihr diese Versiegelung am besten pflegen bzw. unterstützen könnt, damit ihr möglichst lange was von dieser Versiegelung habt. Und dahingehend gibt es in der Autopflegeszene zwei verschiedene Lager, die euch sehr vehement teilweise sagen wollen, wie ihr dieses Nachpflegen von so einer Versiegelung idealerweise durchführen solltet. Es gibt auf der einen Seite das Lager, das sagt, ihr solltet oder ihr müsst oder ihr könnt euch andere Versiegelungen auf die ursprüngliche, auf die erste Versiegelung auftragen oder drauflegen. Und das ist eben das, wo man von Topping, von Schichten, von Nachpflegen oder von Auffrischen spricht. Wir gehen dann gleich auf die Argumente ein, warum das Sinn machen könnte. Und dann gibt es das andere Lager, das mindestens genauso vehement seine Argumente vertritt, die sagen, ihr habt euch hier eine Versiegelung aufgetragen und das Beste, was ihr machen könnt, ist diese Versiegelung einfach sein zu lassen und euch nichts obendrauf aufzutragen. Und wir gehen jetzt nacheinander auf diese verschiedenen Argumente ein, warum das eine Lager recht haben könnte, warum das andere Lager vielleicht Unrecht hat, sodass ihr dann danach entscheiden könnt, in welches Lager ihr fallt. Eine Sache ist bei allem, über das wir jetzt gleich reden, extrem wichtig. Alles, was jetzt dann gleich folgt, sind Meinungen oder sind theoretische Konstrukte. Das Problem an Lackversiegelungen ist, dass wir hier über so dermaßen dünne Schichten sprechen, dass es schlichtweg nicht möglich ist, im Rahmen von einer objektiven, sachlichen, wissenschaftlichen Untersuchung wirklich zweifelsfrei festzustellen, welches von diesen zwei Lagern jetzt recht hat, wenn es um die Frage der optimalen Pflege von Versiegelungen geht. Zur Erinnerung, der Lack, also das, was ursprünglich hier auf eurem Auto drauf ist, das, was im Werk aufgetragen wird, ist insgesamt dünner als ein menschliches Haar. Das, was wir hier als Versiegelung obendrauf auftragen, ist viel, viel, viel dünner. Es ist wesentlich dünner als ein Mikrometer, als ein My. Und ein My ist ein Tausendstel Millimeter. Und das ist das Problem, wenn wir über solche Phänomene oder solche Konstrukte oder Aussagen zu Topping, Auffrischen oder Nachpflegen sprechen. Niemand kann solche Aussagen beweisen. Es sind Meinungen, es sind Gedanken, es sind theoretische Konstrukte. Und das dürft ihr bitte nie vergessen. Und deswegen möchte ich euch in diesem Video eben auch beide Seiten der Medaille zeigen und die Argumente von beiden Seiten darlegen. Wir starten mit den Argumenten, die für das Topping, das Pflegen oder das Auffrischen sprechen. Und da möchte ich euch also erklären, warum manche der Meinung sind, dass es Sinn macht, sich eine Versiegelung aufs Auto aufzutragen und diese Versiegelung mit anderen Versiegelungsprodukten zu pflegen. Die Argumente derjenigen Leute, die für das Topping, Auffrischen oder Nachpflegen von Versiegelungen sprechen, sind auf den ersten Blick logisch und nachvollziehbar. Wenn wir hier unseren Autolack haben, also insbesondere hier den Klarlack. Ich kennzeichne das mal mit K. Darunter ist ja dann noch der Basislack und dann sind hier noch Grundierung, Füllerschichten und so weiter. Das Argument ist das folgende. Ich habe hier den Klarlack, der jetzt mal brach liegt. Wir haben ihn vielleicht poliert, wir haben ihn gewaschen und vorbereitet und jetzt tragen wir uns eine Versiegelung auf. Das ist diese erste Schicht. Wir nennen sie V. Wie vorher schon gesagt, das ist jetzt eine stark vereinfachte Darstellung, die ist auch in dem Sinn falsch. Die Versiegelung liegt viel dünner auf eurem Lack auf. Das ist die ursprüngliche, die erste Versiegelung, die wir uns hier auf unserem Lack auftragen. Jetzt ist das Argument von denjenigen, die sagen, es macht Sinn, diese Versiegelung zu pflegen, zu toppen oder zu schichten, das folgende. Damit diese Versiegelung hier möglichst lange auf dem Lack hält, können wir die Versiegelung schützen. Also wir schützen sozusagen den Schutz, der für den Lack eigentlich da ist. Das heißt, wir nehmen uns ein zusätzliches Versiegelungsprodukt, tragen das hier oben auf. Ich nenne das mal V2 und das hier unten nenne ich V1. Und dann haben wir hier ein Konstrukt aus zwei übereinander liegenden Versiegelungsprodukten oder Versiegelungsschichten. Und das Argument, warum jetzt diese erste Versiegelung hier länger halten soll, durch das, dass wir eine zweite Versiegelungsschicht auftragen, ist, wenn jetzt hier Kräfte einwirken, das können mechanische Kräfte sein, unsere Wäsche beispielsweise, Fahrtwind, Salz und so weiter. Das können chemische Einflüsse sein, wie beispielsweise eine Wäsche. Das können thermische Einflüsse sein, hohe oder sehr niedrige Temperaturen und so weiter und so fort. Alles, was jetzt hier einwirkt, wirkt zuallererst mal auf diese erste Versiegelungsschicht ein und trägt auch nur, ich mache es jetzt mal so, diese erste Versiegelungsschicht ab, nicht aber die zweite. Das ist das Argument der sogenannten Opferschicht. Das heißt, die V2, die zweite zusätzliche Versiegelungsschicht, ist die Opferschicht für die erste Versiegelungsschicht, wird zuallererst mal durch irgendwelche Kräfte, die hier einwirken, abgetragen, ohne dass die erste Versiegelung direkt abgetragen wird. Vielleicht wird sie leicht abgetragen, aber nicht in gleichem Maße, wie wenn hier eben keine zusätzliche Versiegelung oben aufliegen würde. Das heißt, mit anderen Worten und hier jetzt an einem konkreten Beispiel, wir tragen uns zuerst eine Keramikversiegelung auf unseren Autolack auf, lassen diese natürlich ablüften und ausreagieren und danach tragen wir uns beispielsweise nach jeder Wäsche nochmal einen Quick Detailer zusätzlich auf den Lack beziehungsweise auf die Keramikversiegelung oben auf. Und das Argument der Opferschicht besagt jetzt eben, dass diese Keramikversiegelung dadurch, dass wir so ein Produkt oben auftragen, länger halten wird, weil gewisse Kräfte, die sonst direkt auf die Keramik einwirken würden, zuerst mal auf dieses zusätzliche Versiegelungsprodukt einwirken, das angreifen, das abtragen, ohne dass die Keramik angegriffen wird. Und solange wir das immer und immer und immer wieder auffrischen und nachlegen und pflegen und toppen, wird uns die Keramik logischerweise auch halten. Das ist das Hauptargument, was immer wieder für das Topping für das Auffrischen und für das Nachpflegen von Versiegelungen, insbesondere im Fall von Keramikversiegelungen, aber auch früher schon im Fall von pastösen Wachsen vorgebracht wird. Zwei sehr klassische Beispiele, die immer wieder als Argument für die Sinnhaftigkeit von Topping, von Schichten oder von Auffrischen oder Pflegen verwendet werden, sind die folgenden. Ich habe beispielsweise ein pastöses Wachs wie hier das Surf City Garage Great Barrier Reef, was eine sehr schöne Farberfrischung erzeugt, was auch eine sehr, sehr schöne ausgeprägte Lackglätte erzeugt, was angenehm nach Bubblegum riecht, was aber kein so schönes ausgeprägtes Abperlverhalten mitbringt. Das heißt, das Wasserablaufverhalten ist nicht so schön, nicht so gut, nicht so schnell. Die Tropfen, die auf einer mit diesem Wachs behandelten Oberfläche liegen bleiben, sind nicht so schön rund wie bei anderen Produkten. Und da wird jetzt eben oft das Argument vorgebracht, naja gut, ich nehme mir hier dieses Wachs, sorge mit diesem Wachs sozusagen für den Basisschutz und insbesondere auch für den Glanz auf dem Lack. Und dann nehme ich mir einfach ein Produkt, was eben diesen stark ausgeprägten Abperleffekt mit sich bringt, wie beispielsweise das Dr. Wack A1 High End Spray Wax, trage das obendrauf auf und dann habe ich das Beste aus beiden Welten. Ich habe den Glanz und die Lackglätte von dem Wachs hier und ich habe das Abperlverhalten von dem Produkt hier und habe mir so auf einfache Art und Weise das perfekte Produkt zusammengemixt. Anderes Beispiel, ich habe zwei Produkte vom gleichen Hersteller. Hier am Beispiel der Sonax Ceramic Spray Versiegelung und dem Sonax Ceramic Detailer. Die Sonax Ceramic Spray Versiegelung ist das Produkt, das ausgesprochen lange hält, auch eine einigermaßen schöne Farberfrischung erzeugt. Definitiv ein schönes Abperlverhalten, aber es bringt nicht ganz so eine ausgeprägte Lackglätte mit sich und es erzeugt nicht im Übermaße Glanz in dem Sinn. Da gibt es jetzt die Leute, die sagen, na gut, wenn das das Produkt ist, was lange hält und für die Standzeit sorgt, trage ich mir das zuerst auf und dann nehme ich mir den Sonax Ceramic Detailer, weil der bringt auch eine ausgeprägte Hydrophobie und Abperlverhalten mit sich. Nochmal ein bisschen mehr Glanz, aber insbesondere eben auch die Lackglätte. Und auch hier ist das Argument, dass ich mir so das Beste aus beiden Welten zusammen mixen kann. Die lange Standzeit von dem Produkt mit dem schönen Glanz und der Lackglätte von dem Produkt. Und wenn ich das ja übereinander stable, habe ich alle Eigenschaften von beiden Produkten und habe mir so hier das perfekte Produkt zusammengemixt. Ein wichtiges Argument, was die Befürworter dieses Schichtens oder Aufbaus von Schichten immer wieder vorbringen, ist, dass man die Inhaltsstoffe der verschiedenen Produkte aufeinander abstimmt. Das heißt, wenn man ein Wachs nimmt, was größtenteils auf Kanauberwachs basiert, dann sollte man auch einen Quick Detailer oder eine Sprühversiegelung nehmen, die auch auf Kanauberwachs basiert. Oder wenn man eine Keramikversiegelung nimmt, die meisten Keramikversiegelungen basieren auf SiO2-Derivaten, Siliziumdioxid, dann sollte man auch ein Produkt nehmen, was man hier oben aufträgt, was auch auf Siliziumdioxid basiert. Und solange man hier die Inhaltsstoffe der Produkte aufeinander abstimmt, dann funktioniert das auch. Noch ein Tipp, den man häufig hört, ist, solange man in einem Herstellersystem bleibt, das heißt, die Produkte des gleichen Herstellers verwendet, dann ist sichergestellt, dass diese Produkte aufeinander abgestimmt sind, dass sie miteinander funktionieren und dass man das eben auch noch beachten sollte. Und das sind die wichtigsten Argumente, die für Topping, für Auffrischen oder für Nachpflegen sprechen. Wir fassen nochmal zusammen. Es geht um das Argument von einer Opferschicht, das heißt, wenn ich eine Versiegelung habe, dann trage ich eine zusätzliche Versiegelung auf, um die erste Versiegelung zu schützen und dadurch dafür zu sorgen, dass die erste Versiegelung länger hält. Das zweite Argument ist, ich kann mir durch eine Mischung verschiedener Produkte eigentlich ein perfektes Produkt zusammenstellen, wo ich beispielsweise die glanzsteigernden Eigenschaften von einem Produkt mit den hydrophoben Eigenschaften oder der Lackglätte von einem anderen Produkt verbinde und so das Beste aus beiden Welten erhalte. Und solange ich darauf achte, dass die Inhaltsstoffe miteinander harmonieren oder ihr die Produkte vom gleichen Hersteller verwendet, dann funktioniert das auch. Und damit haben wir die Argumente der Befürworter des Toppings, Auffrischens und Nachpflegens durch und gehen jetzt auf die Argumente über der anderen Seite, warum das alles eben unter Umständen nicht so gut funktioniert. Und zwar gehen wir im Sinne eines Diskurses und einer Debatte direkt nochmal auf die Argumente der Befürworter ein, über die wir vorher gesprochen haben, nämlich, dass man sich ja aus verschiedenen Produkten sozusagen das Beste aus beiden Welten zusammenbauen kann oder dass ein Toppingprodukt sozusagen die erste Versiegelung, die man aufträgt, schützt und dafür sorgt, dass die Standzeit derjenigen verlängert wird. Bei diesem Argument hier, dass man sich das Beste aus beiden Welten zusammenbauen kann, wird ein Überlegungsfehler gemacht und der ist eigentlich relativ logisch. Der liegt auf der Hand. Wenn ich mir hier jetzt beispielsweise dieses Wachs auftrage, was ja gewisse Eigenschaften mit sich bringt, dann ist es ja so, dass diese Eigenschaften darauf basieren, dass diese Versiegelung zuoberst auf dem Lack aufliegt. Das gleiche passiert hier mit der Sonax Ceramic Spray Versiegelung. Die ist ja die, die auf dem Lack aufliegt. Wenn ich mir jetzt ein zweites und zusätzliches Produkt hier auftrage, dann muss ja dieses zweite und zusätzliche Produkt eben nicht auf dem Lack aufliegen, sondern es muss ja auf der ersten Versiegelungsschicht aufliegen. Und damit dieses Argument halten würde, dass wir hier das Beste aus beiden Welten haben, müsste eine Mischung aus diesen beiden Produkten auf der Lackoberfläche geschehen, sodass wir dann tatsächlich das Beste aus beiden Welten haben. Was aber in Tat und Wahrheit geschieht, ist das Folgende. Wir tragen uns das erste Produkt auf und wir tragen uns das zweite Produkt oben drüber auf, weil sonst würde ja das ganze Argument der Opferschicht gar nicht funktionieren. Und damit ist es halt eben so, sobald ich mir ein zweites Produkt auf ein erstes Versiegelungsprodukt auftrage, verliere ich die meisten der Eigenschaften, die das erste Versiegelungsprodukt mit sich bringt. Insbesondere die Eigenschaften der Hydrophobie oder dem Schutz vor Wiederverschmutzung oder der einfacheren Reinigung danach. Ganz gravierend wird das und ist das, wenn wir uns ein Produkt auftragen auf den Lack, was eine sehr ausgeprägte Hydrophobie mit sich bringt. Das heißt, ein sehr starkes Abperl- und Ablaufverhalten und wir uns danach als zusätzliche, als zweite Versiegelungsschicht mit dem Argument vor allem der Lackglätte oder des Glanzes auftragen, dann decken wir uns in der Regel mit diesem zweiten Produkt, das erste Produkt ab und verlieren die positiven Eigenschaften der Hydrophobie des ersten Produktes. Und damit verlieren wir eben gleichzeitig und oft auch die Eigenschaften eines guten Selbstreinigungseffektes oder Easy-to-Clean-Effektes, also einer einfacheren Reinigung danach oder von einem schönen Abperlverhalten. Das ist der Überlegungsfehler, der hier gemacht wird. Es ist eben nicht so, dass wir uns hier eine Mischung aus verschiedenen Produkten erzeugen, sondern wir decken das erste Produkt mit dem zweiten Produkt ab. Nochmal, weil sonst würde ja dieses Argument hier des Schutzes der ersten Versiegelungsschicht mit der zweiten, also das Argument der Opferschicht, gar nicht erst funktionieren. Jetzt gibt es aber auch bei diesem Argument der Opferschicht berechtigte Zweifel. Damit nämlich dieses Konstrukt hier der Opferschicht tatsächlich funktionieren kann, müssen zwei Dinge gegeben sein. Erstens muss es auch wirklich so sein, dass wir hier zwei übereinander liegende Versiegelungsschichten haben. Und daran besteht schon mal grundsätzlich ein Zweifel, insbesondere dann, wenn wir hier bei der ersten Schicht von der Keramikversiegelung sprechen. Eine Keramikversiegelung soll ja unter anderem auch alles andere, was hier oben auftrifft, abstoßen. Das ist ihre zentrale Aufgabe. Das ist das, was Keramikversiegelungen besonders gut können. Insbesondere dann, wenn es sich um Wasser handelt. Wenn wir hier also ein anderes Versiegelungsprodukt auftragen, insbesondere ein wasserbasiertes, darüber sprechen wir dann gleich nochmal, dann besteht doch schon mal grundsätzlich ein Zweifel daran, dass dieses zweite wasserbasierte Versiegelungsprodukt hier wirklich flächendeckend auf dem ersten aufliegt, weil es gar nicht anhaften kann, weil die erste Schicht das ja schon verhindert. Das gleiche gilt für Polymerversiegelungen und für Wachsversiegelungen. Es gilt einfach in einem geringeren Ausmaß. Das heißt, die erste Bedingung ist schon mal in Frage zu stellen, ob hier wirklich zwei übereinander liegende Versiegelungsschichten gegeben sind. Die zweite Frage betrifft diese Einflüsse hier, über die wir gesprochen haben, die mechanischen, thermischen und chemischen Einflüsse. Wie soll denn so ein Einfluss hier wissen, wann er aufhören darf, auf eine Versiegelungsschicht einzuwirken? Denn damit dieses Argument hier von der Opferschicht funktioniert, muss jede Kraft, die hier einwirkt, exakt an diesem Punkt hier aufhören. Exakt an diesem Punkt. Wenn diese Kraft hier auch nur ein bisschen was von der ersten Schicht ablöst oder angreift, dann hat das Argument der Opferschicht keine Wirksamkeit mehr. Wenn diese Kraft so stark ist, dass sie direkt hier bis nach unten stößt und die erste Versiegelungsschicht mit anlöst, dann sieht es sowieso sehr, sehr schlecht aus für dieses Argument der Opferschicht. Und der Punkt ist doch, diese Kräfte, die hier wirken, die sind doch nicht intelligent, die sind doch nicht von Natur aus darauf ausgelegt und darauf abgestimmt, dass sie genau an diesem Punkt aufhören. Wenn wir unser Auto mit Chemie, mit hohen oder niedrigen Temperaturen oder mit Mechanik belasten, dann wissen wir als Anwender doch nicht und dann weiß auch die Natur doch nicht, wo exakt dieser Punkt ist, sondern diese Kräfte sind in höchstem Maße variabel. Manche werden nur bis hierhin wirken und manche werden auch nur bis hierhin wirken, ja. Aber die meisten werden mal hier, mal hier, mal hier, mal hier, mal hier, mal hier wirken. Und aus diesem Grund alleine schon kann man sagen, das Argument der Opferschicht ist zumindest fragwürdig, weil diese Kräfte hier nicht einheitlich definiert sind und nie einheitlich auf so einer Lackoberfläche auftreffen. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass dieses Argument der Opferschicht funktioniert in dem Sinne, dass es überhaupt möglich ist, dass wir verschiedene Produkte aufeinander stapeln und dass deswegen die Standzeit der untersten Versiegelungsschicht, weil um die geht es ja, verlängert wird. Weil ein Argument, ein Umstand und eine ganz wichtige Sache wird bei dieser Argumentation komplett vergessen. Wir gehen mal davon aus, ich habe hier Toast und ich habe hier ungarische Salami. Unfassbar lecker. So und jetzt lege ich hier mir die erste Schicht der Versiegelung drauf. So, Toast ist unser Lack, Salami, Versiegelung. Das ist die erste Schicht der Versiegelung. Und jetzt gehen wir mal davon aus, das funktioniert tatsächlich, dass ich hier jetzt eine zweite Schicht oben drauf auftrage und das hält auch. Vielleicht mal noch eine dritte Schicht. Vielleicht fällt uns ja noch ein viertes schönes Produkt ein, das wir auch noch oben drauf stapeln können. So, wir gehen immer noch davon aus, dass das hier funktioniert hat. Das löst aber ein zentrales Problem nicht. Das, was die Standzeit von der Versiegelung maßgeblich am meisten und mehr als irgendetwas anderes beeinflusst, ist die Stärke der Anhaftung der ersten Versiegelungsschicht. Das ist das, was die Standzeit eurer Versiegelung beeinflusst. Und es spielt keine Rolle, wie viele weitere Produkte ihr hier aufstapelt. Wenn die Anhaftung der ersten Versiegelungsschicht gar nicht gegeben ist, dann können diese weiteren Versiegelungsschichten die Standzeit der ersten aufgetragenen Versiegelungsschicht gar nicht erst verlängern. Innerhalb von diesem Themenkomplex des Auffrischens, Toppings oder Pflegens gibt es eine Sache, die ist definitiv Quatsch. Und das ist das folgende Argument, was man von manchen Herstellern hört, wenn sie versuchen, euch ihre Produkte schmackhaft zu machen. Da gibt es Hersteller, wie beispielsweise P&S aus den USA, als sie den Beatmaker eingeführt haben, hat der Hersteller folgendes behauptet. Wenn ihr eine Versiegelung auf eurem Auto drauf habt, dann ist der Beatmaker dazu in der Lage, sich über diese Versiegelung drüber zu legen, dort Glanz und Lackglätte zu erzeugen, ohne die Eigenschaften der darunterliegenden Versiegelung zu beeinflussen. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich sage es an dieser Stelle ganz klar, das ist Quatsch und das ist gelogen. Ihr als Konsumenten werdet hier verarscht. Es ist physikalisch und chemisch gar nicht möglich. Wie soll denn das funktionieren? Wenn ein Produkt dazu in der Lage ist, Lackglätte und Glanz zu erzeugen und mit Glanz meinen wir in der Regel eine Farbaufrischung oder eine Lackabdunkelung. Wenn ein Produkt das kann, dann muss es etwas auf einer Oberfläche hinterlassen. Anders ist es nicht möglich, dass dieses Produkt einen visuellen Effekt erzeugt und anders ist es nicht möglich, dass es Lackglätte erzeugt. Da muss etwas zurückbleiben. Und wenn dieses etwas zurückbleibt, dann wird es sich über eine andere Versiegelung drüberlegen. Es ist chemisch und physikalisch gar nicht anders möglich. Ein Hersteller, der das behauptet, der lebt in irgendeiner anderen Zeitdimension oder der hat irgendwas grundsätzlich an der Autopflege nicht verstanden und dem sollte man dann auch nicht trauen. Also ich sage es nochmal, diese Aussage in diesem ganzen Themenkomplex von Topping, Auffrischen, Pflegen oder Schichten, dass es Produkte gibt, die euch Eigenschaften wie Glanz und Glätte geben, ohne dass sie eine darunterliegende Versiegelung beeinflussen, das ist absoluter Blödsinn. Und dann müssen wir noch kurz über das Argument sprechen, dass solange man die Inhaltsstoffe von diesen Produkten aufeinander abstimmt oder bei einem Herstellersystem bleibt, wie auch hier, dass das dann funktioniert. Und um das zu verstehen, warum dieses Argument eigentlich streng genommen wenig Sinn macht, müssen wir ein bisschen über die Basis der Chemie sprechen und wir müssen insbesondere mit dem Mythos von Kannauberwachs basierten Produkten oder keramischen Produkten ein bisschen aufräumen. Ich möchte es gar nicht zu sehr ausrollen hier an dieser Stelle und ich möchte gar nicht zu tief in die Chemie eingehen, nur so viel. Wir müssen diesen Mythos des Kannauberwachses, den müssen wir endgültig begraben. Je nachdem, mit wem man spricht, das heißt, wenn man sich wirklich mit den Leuten unterhält, die solche Kannauberwachse herstellen, also die, die diese Chemikalien miteinander zusammen mixen, damit dann hier am Ende so ein Produkt rauskommt, werdet ihr hören, dass es nicht möglich ist, mehr als, und da kommt es jetzt eben darauf an, mit wem man spricht, zwischen 15 und 27 Prozent. Das sind die Zahlen, die man hört. Es ist chemisch, physikalisch nicht möglich, mehr als 15 bis 27 Prozent an Kannauber hier in so eine Dose reinzupacken. Und das ist eben dieser Mythos des Kannauberwachses. Wenn euch so ein Hersteller sagt, dass hier das ein 100 Prozent Kannauberwachs ist, dann bedeutet das allerhöchstens, dass der Wachsanteil hier drin 100 Prozent Kannauber ist und das eben nicht Montanwachs, nicht Bienenwachs, nicht Paraffinwachs und keine synthetischen Wachse verwendet wurden. Fakt ist aber auch, dass in so einer Dose maximal eben diese 15 bis 27 Prozent an Wachs drin sein können. Die restlichen, wir runden mal großzügig auf, die restlichen 70 Prozent, die da drin sind, sind vor allem Trägerstoffe, sind aber vor allem auch Lösemittel. Das können Isoalkane sein, das können Erdölderivate sein, da sind auch teilweise Öle drin. Da ist ein Mix aus verschiedenen Dingen drin. Es gibt kein 100-prozentig natürliches Wachs. Das ist nicht möglich. Wäre hier tatsächlich 100 Prozent und nur Kannauberwachs in der ganzen Dose drin, wäre dieses Produkt nicht verarbeitbar, weil Kannauberwachs in seiner natürlichen Form ist steinhart. Und wenn ihr das auf den Boden fallen lasst, zerspringt das in viele kleine Teile. Das würde sich nicht auf dem Auto verteilen lassen. Das sind die Fakten und das ist der Mythos des Kannauberwachses. In gleichem Maße und noch viel, viel schlimmer trifft das eben auf die sogenannten Kannauber-basierten Detailer zu. Und der Dienquick Detailer ist so einer, wo euch leider Gottes viele selbsternannte Autopflegeexperten sagen, dass das ein Kannauberwachs-basierter Detailer ist. Und das ist Quatsch. Weil noch viel mehr als bei diesen Produkten hier ist es bei denen so, dass wir insgesamt, also in dieser ganzen Flasche von ein paar wenigen Prozent an Kannauberwachs sprechen. Und vor allem ist es kein Kannauberwachs, das ist eine Kannauberwachs-Emulsion. Sonst wäre dieses Produkt ja nicht flüssig. In der Regel sprechen wir hier von deutlich weniger als fünf Prozent an Kannauberwachs-Emulsion, die da drin ist. Der Rest, auch hier wieder, sind Silikone, Polymere, Lösemittel, insbesondere aber Wasser. Meistens ist in diesen Produkten weit über 90 Prozent Wasser drin. Sonst wären sie gar nicht so verarbeitbar, wie sie es eben sind. Und deswegen macht dieses Argument von, wir müssen die Inhaltsstoffe aufeinander abstimmen, gar keinen Sinn. Das Gleiche gilt für angeblich keramische Produkte. Keramikversiegelungen sind tatsächlich Produkte, da habt ihr eine Glasflasche und in dieser Glasflasche drin sind Feststoffe, keramische Feststoffe, die in einer Lösemittelflüssigkeit aufgelöst sind. Wenn ihr die auf dem Lack verteilt, bleiben die Feststoffe zurück, die Lösemittel verflüchtigen sich und ihr habt eine echte keramische Schicht auf eurem Lack. Es ist chemisch, physikalisch nicht möglich, diese Feststoffe in so einem flüssigen, sprühbaren Produkt darzubieten. Es ist nicht möglich. Was hier drin sind, sind irgendwelche weit entfernten keramischen Derivate. Das heißt, von diesem Ursprungsmaterial, von diesem SiO2, wird das weiter chemisch runtergebrochen, weiterverarbeitet, bis irgendwann mal ein Derivat entsteht. Das sind immer Silikone, die in solchen Produkten verarbeitbar sind. Aber auch hier ist es so, dass in den meisten Fällen, dass immer noch ein wasserbasiertes, ganz, ganz selten ein Lösemittel basiertes Produkt ist. Und das spielt auch keine Rolle, ob hier dann Ceramic Detailer oder Ceramic Sprühversiegelung draufsteht. Es sind Silikone und es sind meistens wasserbasierte Produkte. Und darüber haben wir vorher gesprochen. Wenn halt so ein Produkt wie eine Keramik oder ein Wachs darauf ausgelegt ist, Wasser abzustoßen, dann ist es sehr fragwürdig, ob ein zusätzliches Produkt wirklich auf dieser Oberfläche haften kann. Und dieses Argument von keramischen Produkten für Keramikversiegelung und dieses Argument von wachsbasierten Produkten für Wachsversiegelungen. Am Ende des Tages muss man es leider so deutlich sagen, wie es ist. Das ist Quatsch. Dieses Argument hält einer streng genommen objektiven, sachlichen, chemischen Betrachtungsweise nicht stand. Auch das Argument, dass wenn man in einem Herstellersystem bleibt, dass diese Produkte aufeinander abgestimmt und dass sie deswegen stapelbar sind, das sollte man kritisch betrachten. Denn wer garantiert uns das denn? Wer versichert uns, dass ein Hersteller wirklich hingegangen ist und diese Produkte erstens so entwickelt hat und zweitens auch wirklich getestet hat, dass sie die Eigenschaft mitbringen, dass man sie aufeinander stapeln kann. Denn in erster Linie muss jeder Hersteller, der Versiegelungsprodukte entwickelt und anbietet, hingehen und sie so entwickeln und sie uns so in die Hand geben, dass sie auf einer möglichst großen Bandbreite an verschiedenen Lacken auch tatsächlich funktionieren. Und das alleine ist schon schwierig genug, weil Lack ist nicht gleich Lack und da gibt es teilweise gravierende Unterschiede. Und dann gibt es ja noch Oberflächen wie Folien oder PPF oder Kunststoff oder Glas und so weiter. Deswegen sind Versiegelungsprodukte in erster Linie so entwickelt, dass sie auf einem Lack anhaften und auf einem Lack andocken und nicht, dass sie aufeinander stapelbar sind. Und deswegen hält nicht mal dieses Argument, dass solange man in einem Herstellersystem bleibt, dass die Produkte aufeinander stapelbar sind, wirklich einer kritischen Überprüfung stand. Genau das ist aber das grundlegende Problem an denjenigen Leuten, die euch davon abraten, irgendwas aufzufrischen, zu toppen oder zu schichten. Denn meistens argumentieren sie einfach gegen die Befürworter von Topping, sagen aber selbst nicht, wie man denn jetzt idealerweise so eine Versiegelung pflegen sollte. Warum machen sie das nicht? Weil es eigentlich ganz einfach ist. Und das, was euch diejenigen Leute eben empfehlen, die nicht an die Wirksamkeit von Topping oder Schichten oder pflegen oder nachpflegen oder auffrischen glauben, ist ganz einfach. Ihr wascht euer Auto, vielleicht poliert ihr es, ihr tragt euch eine Versiegelung auf und dann lasst ihr diese Versiegelung ganz einfach Versiegelung sein. Ihr wascht euer Auto, wenn es wieder schmutzig ist, wascht ihr es, ihr trocknet es und dann seid ihr fertig. Ihr müsst eine gut funktionierende Versiegelung nicht ständig auffrischen und nachpflegen, denn wenn das eine gut funktionierende Versiegelung ist, dann wird sie ihren Job machen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Argument, was eben viele Gegner von Schichten, Topping und Auffrischen immer wieder vorbringen. Und zwar sagen euch diese Gegner oder sie fragen euch, was bringt mir denn eine Lackversiegelung, die ich ständig auffrischen muss? Was ist denn das für ein Schutz, der selbst wieder Schutz bedarf? Eine wunderschöne Parallele aus einer anderen Welt ist. Was nützt mir denn ein Türsteher, dem ich einen zweiten Türsteher zur Seite stellen muss, damit der überhaupt irgendeine Art von Schutz gewährt? Und dieses Argument ist halt relativ gravierend, denn wenn mir ein Hersteller eine gewisse Standzeit eines Versiegelungsproduktes verspricht und das sind mehrere Monate oder sogar Jahre, wenn ich ständig und immer wieder andere Versiegelungsprodukte da draufschmeißen muss, damit ich das Gefühl habe, dass diese Standzeit auch wirklich eingehalten wird, dann muss doch irgendwas nicht stimmen. Weil dann bestehen doch grundsätzlich Zweifel daran, ob diese Standzeitangaben tatsächlich in der echten Welt eingehalten werden können. Wie ich euch aber am Anfang dieses Videos schon gesagt habe, diese ganze Thematik und diese ganze Debatte und dieser Diskurs ist extrem schwierig, weil keine von diesen beiden Seiten kann ultimativ ihre Argumente belegen. Gerade dieses Argument der Opferschicht, das ist ganz schwierig zu belegen, es ist aber auch extrem schwierig, es zu widerlegen. Warum? In der Regel beurteilen wir alle, und zwar wir als Endanwender, die professionellen Aufbereiter, aber auch die Hersteller, die Standzeit von einem Produkt anhand dessen, ob hier am Lack noch etwas abperlt. Jetzt ist aber die entscheidende Frage, ist das denn überhaupt die richtige Messgröße, um festzustellen, ob eine Versiegelung noch hier auf dem Lack drauf ist? Oder ist das, was wir hier machen, einfach nur ein Theater und ein Tanz um Abperlverhalten? Und am Ende des Tages gibt uns ein Hersteller kein Versprechen für die Standzeit von dem Produkt, sondern er gibt uns ein Versprechen dafür, wie lange die Hydrophobie aufrechterhalten wird. Und da wird es halt ganz schwierig, weil wenn wir jetzt mal annehmen, wir tragen uns hier eine Keramikversiegelung auf und wir frischen diese Keramikversiegelung alle zwei Wochen oder einmal im Monat mit einer zusätzlichen Sprühversiegelung oder einem Quick Detailer auf. Jetzt nehmen wir mal an, nach drei Jahren perlt hier immer noch was ab. Wie wissen wir denn jetzt, ob das, was hier abperlt, die Keramik oder das ständig wieder aufgetragene zusätzliche Produkt ist? Keiner von uns kann das zweifelsfrei belegen, beweisen oder widerlegen. Und deswegen ist dieses Argument der Opferschicht extrem schwierig. Keiner von uns kann wirklich sagen, ob es tatsächlich stattfindet. Genauso wenig kann aber irgendjemand von uns mit Fug und Recht behaupten, dass es Quatsch ist. Man kann es schlicht und ergreifend nicht untersuchen. Und genau das macht diese Diskussion so schwierig. Es gibt aber eine Betrachtungsweise, die dieses Argument der Opferschicht wirklich in Frage stellt. Und das geht auf das zurück, was ich euch vorher am Whiteboard gezeigt hatte, als es um die Frage geht, wie weiß denn jetzt eine Kraft, die auf eine Versiegelung einwirkt, wann sie aufhören muss, auf diese Oberfläche zu wirken? Ich habe hier, um euch das zu veranschaulichen, eine ballistische Platte. Das ist das, was in schusssicheren, kugelsicheren Westen drin ist. Für die Freaks unter euch, das ist eine von HESCO, das ist so eine sogenannte Special Threat Plate. Das ist jetzt so, wenn ich hier jetzt so eine Platte in einem Plattenträger in so einer Weste drin habe, dann sind alle diese Platten immer auf eine bestimmte Art von Munition ausgelegt. Das heißt, sie schützen bis zu einem gewissen Grad. Und es ist eben auch bei solchen ballistischen Platten genauso wie in der Autopflege, auch die sind kompromissbehaftet. Wenn man etwas möchte, was günstig und was leicht ist, dann wird das in der Regel nur bis zu relativ kleinen Kalibern schützen. Wenn man in Kauf nimmt, dass das schwerer ist, dann kriegt man zwar etwas, was günstig ist, was gut gegen auch große Kaliber wirkt, was aber dann schwerer ist. Deswegen sind auch die immer kompromissbehaftet und man muss sich entscheiden, möchte man was, was günstig ist, möchte man was, was gut schützt oder möchte man was, was leicht ist. Es gibt keine ballistischen Platten, die alle drei Eigenschaften erfüllen. Gibt es nicht. Wenn man etwas möchte, was bis zu sehr großen Kalibern hält und sehr leicht ist, dann legt man sehr viel Geld hin. Also, wir haben jetzt hier so eine Platte und wir haben jetzt hier eine 9 mm Patrone. Vor einer 9 mm Patrone schützt so eine Platte, wenn sie hier auftrifft. Vor einer, das ist jetzt ein größeres Kaliber, das ist ein 45-70 für die Freaks unter euch. Davor schützt diese Platte nicht. Jetzt kommt eben das Argument des Toppings. Wenn ich jetzt auf so eine Platte, nehmen wir mal an, das ist die Basisversiegelung, die ich mir auf dem Lack auftrage oder die mich jetzt schützen soll. Das ist die Keramikversiegelung. Jetzt lege ich hier ein Blatt Papier auf. Und jetzt stelle ich euch folgende Frage. Inwiefern verlängert jetzt dieses Blatt Papier die Standzeit oder den Schutz oder den Härtegrad oder irgendwas von dieser ballistischen Platte? Weil wenn jetzt hier eine 9 mm Patrone auftrifft, dann schlägt die durch dieses Papier durch. Die Platte wird aber dem immer noch standhalten. Und wenn jetzt dieses große Kaliber kommt, auch das schlägt durch dieses Blatt Papier durch und schlägt aber trotzdem und immer noch durch diese Platte durch. Es gibt keine Patrone, die nur durch dieses Blatt Papier aufgehalten werden würde. Gibt es nicht. Das müsste so ein winzig kleines Kaliberchen sein. Doch gibt es. Entschuldigung, es gibt ein Gummibändchen. Wenn ich mit einem Gummibändchen hier drauf einwirke, dann wird das Blatt Papier das Gummibändchen abhalten. Aber wenn die Gefahr, vor der ich mich schützen möchte, ein Gummibändchen ist, dann brauche ich das hier nicht. Und die einzige gedankliche Leistung, die man jetzt vollbringen muss, ist, aber ich glaube, das haben die meisten von euch gemerkt, einen Quick Detailer, einen wasserbasierten Quick Detailer auf eine Keramikversiegelung aufzutragen, ist das Äquivalent davon, ein Blatt Papier auf eine kugelsichere Weste aufzutragen. Dieser Quick Detailer wird, wenn überhaupt, nur so dermaßen dünn auf einer Keramikversiegelung aufliegen, dass der in Bezug auf ein Mehr an Schutz im Sinne einer echten Opferschicht sehr, sehr, sehr wenig, wahrscheinlich aber eher sogar gar nichts bringt. Und ich glaube, jetzt fangt ihr langsam an zu verstehen, warum dieses ganze Argument des Toppings und des Schichtens auf Basis des Argumentes von einer Opferschicht sehr, sehr schwierig ist. Dieses Blatt Papier verlängert die Standzeit von so einer ballistischen Platte nicht, tut es nicht. Und zwar ziemlich unabhängig davon, von welchem Kaliber wir sprechen. Und das ist der entscheidende Punkt. Jetzt gehen wir zurück zu den Lackversiegelungen. Das Argument hier vorher war ja, wenn ich hier einen Wachs habe, was einen schönen Glanz und Lackglätte erzeugt, aber keine schöne Hydrophobie, dann muss ich da halt ein zweites Produkt auftragen. Muss ich wirklich? Weil ihr seht ja, wie viele verschiedene Wachse es weltweit gibt. Und das ist doch der entscheidende Punkt. Wenn ich mir hier ein Produkt hole, wo ich etwas Zusätzliches auftragen muss, damit ich die Eigenschaften habe, die ich haben möchte, dann stimmt doch was grundsätzlich mit dem Produkt und mit meiner Wahl des Produktes nicht. Denn es gibt hier Produkte wie das Neowax Nummer eins, was genauso glatt ist, genauso viel Glanz erzeugt, genauso einfach aufzutragen ist, aber trotzdem und von Haus aus, von Natur aus, das schöne Appellverhalten schon mit sich bringt. Das Fiese an dieser ganzen Diskussion und das, was es den Gegnern von Topping und Schichten und Auffrischen so schwierig macht, ist, dass viele der Argumente, die anscheinend dafür sprechen, auf den ersten Blick mal unglaublich logisch und einfach klingen. Es klingt extrem logisch und nachvollziehbar, wenn man sagt, solange man in einem Herstellersystem bleibt, funktioniert das, weil die Produkte ja aufeinander abgestimmt sind. Und es ist ja vor allem auch für Außenstehende extrem schwierig, so ein Argument zu widerlegen, wenn man nicht sehr tiefe Einblicke in die Produktion von Autopflegemitteln hat. Genauso klingt es auf den ersten Blick mal unfassbar logisch, wenn man sagt, dass wenn man ein Versiegelungsprodukt hat und ein zweites obendrauf auflegt, dass das das zweite als Opferschicht dient und zuerst mal abgetragen wird und dadurch, dass darunter die Unterliegende länger hält. Das ist unfassbar logisch. Da dagegen zu argumentieren, bedarf schon relativ viel Insiderwissen in der Autopflege und man muss sich das schon sehr genau überlegen, um dann zu verstehen, dass es auch Argumente gibt, die dieses Opferschichtargument so ein bisschen in Frage stellen. Und dieser Umstand, dass viele dieser Argumente sehr, sehr logisch klingen, macht diese Diskussion zusätzlich schwierig, weil, das muss man halt an dieser Stelle auch erwähnen. Viele von diesen Argumenten kommen von Herstellern. Und sie kommen von Herstellern, die euch viele verschiedene Produkte an die Hand geben und die davon auch finanziell profitieren, wenn ihr euch 20 verschiedene Produkte kauft. Wenn ihr hingeht und euch zuerst eine Keramik kauft, darauf dann ein Flüssigwachsauftrag, darauf dann ein Pastözeswachsauftrag, darauf dann einen Quick Detailerauftrag und womöglich vor dem allem noch eine Glaze verwendet, weil der Hersteller sagt, das ist aufeinander abgestimmt, das funktioniert miteinander, das kann man aufeinander stapeln, das muss man aufeinander stapeln, um die optimalen Ergebnisse zu erhalten. Und deswegen muss man auch ganz klar objektiv und kritisch festhalten, dass viele von diesen Argumenten, die anscheinend fürs Schichten und fürs Topping sprechen, halt leider auch von einer, sagen wir es mal so, einer unsicheren Quelle kommen. Jetzt kann ich euch natürlich lang und breit versuchen zu erklären, warum dieses Topping, Schichten und Auffrischen Sinn oder eben keinen Sinn machen könnte. Ich glaube aber, man kann das anhand eines ganz einfachen und konkreten Beispiels euch viel besser zeigen. Und zwar habe ich jetzt hier diese Haube vorbereitet, ich habe sie gewaschen, ich habe sie in der Mitte abgeklebt und ich werde jetzt auf der ganzen Haube zunächst ein sehr ausgesprochen hydrophobes Produkt auftragen, das ADBL Synthetic Spray Wax, von dem wir wissen, dass es ein sehr starkes ausgeprägtes Abperlverhalten erzeugt. Und dann werde ich auf einer Seite der Haube, nachdem ich euch gezeigt habe, dass beide Haubenhälften genau gleich gut abperlen, noch zusätzlich das Chemical Guys Instawax auftragen, was angeblich ein Produkt sein soll, was eben einen sehr starken Glanz und eine schöne Lackglätte erzeugt. Und da wäre ja jetzt die Theorie, dass wenn wir zuerst das ADBL auftragen, Hydrophobie und danach das Chemical Guys, was uns dann halt Glanz und Lackglätte erzeugt, dass wir ja das Beste aus beiden Welten haben. Und genau da beginnen dann die Probleme, über die wir vorher gesprochen haben. Aber ich glaube, ihr werdet das viel besser begreifen und verstehen, wenn ihr das mit eigenen Augen gleich seht. Wie gesagt, tragen wir jetzt zuerst mal auf der ganzen Haube das ADBL Synthetic Spray Wax auf. Wir machen das im Zeitraffer, damit das nicht zu lange dauert. So, und jetzt machen wir auch ohne Cut direkt und ohne Umschweife Wasser auf diese Haube drauf und schauen uns mal, wie jetzt im Moment das Abperlverhalten auf beiden Hälften aussieht. Wie ihr seht, haben wir auf beiden Hälften ein überragendes Abperlverhalten. Es bildet sich kaum ein Wasserfilm. Lustigerweise haben wir sogar das Klebeband mit versiegelt. Wir haben wunderschöne, hohe, runde Perlen. Genauso wollen wir das von einem stark hydrophoben Produkt auch sehen. Jetzt gehe ich hin und trockne beide Hälften. Einfach nur mit einem Tuch. Ich ziehe das hier so über die Fläche drüber. Auf der Seite mache ich das ganz genauso. So, und dann nehme ich mir jetzt ein frisches Tuch, damit hier nichts beeinflusst wird, wenn ich das gleiche Tuch nehmen würde. Ich nehme mir dieses Chemical Guys Instawax. So, nochmal gut schütteln. Dann sprühe ich mir das ins Tuch rein. Ich gebe noch ein paar Sprüher hier direkt auf die Fläche drauf. So, und dann verteile ich jetzt dieses Produkt, das ja angeblich einen wunderschönen Glanz und auch eine Glätte erzeugen soll. Hier auf diese Hälfte der Haube, wo wir ja gesehen haben vorher, dass wir ein wunderschönes Abperlverhalten erzeugt haben. Wir sehen auch jetzt bereits, seht ihr das? Ja, ihr seht das wunderbar auch in der Kamera. Dieses Produkt schmiert und schliert viel mehr. Also es ist offensichtlich, dass wir jetzt hier noch zusätzlich was auftragen. Ich nehme mir eine frische Tuchseite, fange an die Produktüberstände auszupolieren. Das geht auch wunderbar einfach, so das kann man diesem Produkt nicht vorwerfen, dass es nicht auch wunderbar einfach zu funktionieren hat und tut. Nehmen wir nochmal eine frische Tuchseite und ich kann jetzt schon sagen, ja, es erzeugt eine wunderschöne Lackglätte und zwar mehr, als wir es drüben haben. Ausgesprochen mehr und viel mehr sogar. Also das ist definitiv etwas, was wir jetzt hier erreicht haben. Wir haben die Lackglätte deutlich gesteigert und ich glaube, das sieht man auch, wenn man jetzt mal versucht, das Tuch ein bisschen hier zack, zack, zack herumrutschen zu lassen. Hier drüben, seht ihr, geht das nicht. Wir haben hier eine rauer Lackoberfläche. Jetzt haben wir dieses Produkt auf der rechten Seite zusätzlich aufgetragen und jetzt schauen wir mal, ob wir hier die Hydrophobie beeinflusst haben vom Produkt. Moment, da ist noch eine Schliere. Jetzt haben wir es sauber auspoliert und wir schauen jetzt uns noch mal das Wasserabperlverhalten an. Und ich glaube, ich könnte jetzt schon aufhören, weil viel klarer könnte dieses Bild nicht sein. Wir haben hier auf der linken Seite einen Wasserfilm, der sofort aufreißt, wunderschöne Perlen, die ohne Rückstände zu hinterlassen vom Lack ablaufen. Und schaut euch mal, was wir hier für Tropfen auf den Ablaufbahnen haben, wie langsam dieser Tropfen hier unterwegs ist und was sich für eine Wasserlache bildet. Das heißt, wir haben ein Produkt, was eine unglaublich schöne Hydrophobie mit sich bringt, mit einem zweiten Produkt, was wir aufgetragen haben, massiv verschlechtert. Zumindest, wenn es um die Hydrophobie geht. Und ich persönlich bin eben auch der Meinung, dass wir jetzt wahrscheinlich den Selbstreinigungseffekt und den Easy-to-Clean-Effekt, also den Effekt, dass die nächste Reinigung einfacher geht, damit ebenfalls beeinflusst und geschädigt und reduziert haben. Sobald wir also eine Versiegelung auf dem Lack haben, die für sich genommen sehr, sehr gut funktioniert und die ihr euch ja auch auftragt, weil sie beispielsweise hier bei uns auf dem Kanal oder in anderen Tests sehr, sehr gut abgeschnitten habt, werdet ihr euch, wenn ihr irgendein anderes Produkt hier oben auftragt oder drüberlegt oder versucht, die Versiegelung damit zu pflegen, aufzufrischen oder zu toppen, in den meisten Fällen werdet ihr die Dinge nur verschlechtern. Das ist einfach so. Und ich könnte jetzt noch 30 weitere Experimente mit 60 anderen Produktpaaren durchführen. Und wenn es nach vielen von euch ginge, dann würden wir das auch ständig machen, weil es kommt immer und immer wieder die Frage, ja, aber was ist denn damit auf dem? Ja, okay, das funktioniert nicht, aber was ist denn damit? Leute, es spielt keine Rolle. Dieses Prinzip hier, dass wir uns eine Versiegelung zuschmieren, wenn wir ein anderes Produkt auftragen, ist immer das Gleiche und es wird auch immer das Gleiche bleiben. Und ich weiß, dass ich jetzt noch 60 weitere Experimente durchführen und es euch beweisen könnte. Ich habe mir aber überlegt, wie ich es vielleicht noch auf eine andere Art und Weise darstellen könnte. Ich weiß, das ist alles relativ kompliziert. Und vor allem gibt es viele von euch, die sich trotz alledem und was wir euch immer und immer wieder sagen, trotzdem fragen, naja, aber vielleicht geht es ja mit diesem Produkt doch. Und weil ich weiß, dass das ein bisschen schwierig verständlich ist, habe ich mir überlegt, wie ich euch das auf eine möglichst einfach verständliche und eine möglichst anschauliche Art und Weise erklären kann. Und dafür habe ich mir hier einen Toaster bereitgestellt. Und zwar habe ich jetzt hier dieses Stück Toast und das werde ich mir jetzt einmal schön und ordentlich mit Butter beschmieren. So ist sich das gehört. So, jetzt habe ich hier auf diesem Stück Toast, selbstverständlich schmilzt die Butter ein bisschen, aber ich habe hier jetzt die Butter drauf. Und wenn wir uns jetzt überlegen, dass das Stück Toast das Äquivalent zum Lack ist und die Butter ist die Versiegelung, für die ihr euch entschieden habt, dann liegt jetzt ja diese Versiegelung oben auf. Und die Aufgabe dieser Versiegelung ist es, euch die Schmutzanhaftung zu verringern, euch die Reinigung bei der nächsten Wäsche zu vereinfachen, vielleicht auch für glanzsteigernde Eigenschaften zu sorgen, dass das Wasser schön abhält und so weiter. Das ist die Versiegelung, die hier oben aufliegt. Wenn ihr jetzt hingeht und euch beispielsweise hier so eine wunderbare Streichschokolade mit Spekulatiusgewürz hier oben auftragt, dann geschieht folgendes. Dann liegt jetzt hier zuoberst die Schokolade auf. Das heißt, die Schokolade liegt jetzt auf der Butter obendrauf. Das heißt, die Butter, die darunter liegt, hat ihre Eigenschaften sozusagen komplett verloren, weil die Butter jetzt absolut vollständig mit der Schokolade abgedeckt ist. Und das ist eben genau das, was wir euch immer wieder sagen, wenn es ums Thema Topping, auffrischen oder nachpflegen geht. Ihr frischt hier nichts auf, sondern ihr stapelt Produkte aufeinander. Weil ich kann jetzt noch hingehen und meine Lieblingsmarmelade hier, die Brombeermarmelade, auch noch obendrauf auftragen. So, dann habe ich zwar ein wunderschönes Stapelkunstwerk erzeugt, aber das, was jetzt hier die Eigenschaften der Oberfläche bestimmt, ist jetzt die Marmelade, nicht mehr die Butter und nicht mehr die Schokolade. Und deswegen wiederhole ich es gerne nochmal. Ich frische hier durch das Stapeln von verschiedenen Dingen nichts auf. Ich pflege nichts nach. Ich verlängere keine Standzeiten, gar nichts. Denn wenn die Kraft, die jetzt hier auf diese Oberfläche einwirkt, groß genug ist, dann ist es völlig egal, wie viele Sachen ich hier draufheneinander gestapelt habe. Es wird sofort und ohnehin entfernt. Und deswegen macht dieses ganze Thema mit Topping, mit Stapeln, mit Schichten, mit Auffrischen, mit Nachpflegen einfach keinen Sinn. Wenn ich möchte, dass die Versiegelung, für die ich mich initial entschieden habe, die Butter möglichst lange hält, dann trage ich mir einfach die Butter auf, lasse die Butter ihren Job machen. Und wenn ich merke, dass die Butter nicht mehr ihren Job richtig machen kann, wenn sie ihre Eigenschaften anfängt zu verlieren, dann wasche ich und dann trage ich die Butter neu auf. Und dann fange ich nicht an, irgendwas aufeinander zu stapeln. Und ich hoffe, mit diesem Beispiel versteht ihr jetzt, warum eben dieses ganze Thema des Schichtens, des Toppings, des Auffrischens und des Nachpflegens eigentlich nur ein Mythos ist. Es gibt übrigens und lustigerweise eine Sache, in der sind sich beide Lager einig. Weil bei dieser Sache geht es nicht um die Sinnhaftigkeit von Toppings, Schichten, Auffrischen oder Pflegen, sondern es geht darum, wenn wir uns dafür entscheiden, Produkte aufeinander zu stapeln, in welcher Reihenfolge wir das machen. Und da sind sich beide Lager einig. Wenn wir das machen, dann tragen wir das stärkste, das am stärksten anhaftende Versiegelungsprodukt immer zuerst auf. Das heißt grundsätzlich und beispielsweise immer zuerst eine Keramik und dann vielleicht eine Polymerversiegelung und dann vielleicht ein Wachs und dann vielleicht eine Sprühversiegelung und danach vielleicht ein Quick Detailer und danach vielleicht eine Nassversiegelung oder ein Versiegelungshampoo. Das heißt, die schwächste Form der Versiegelung, von der wir ausgehen, dass sie am wenigsten lange hält, die tragen wir immer zuletzt auf. Ich weiß ganz genau, was sich jetzt einige von euch denken werden. Ja, aber ich habe gehört, dass es in dem und dem Fall doch Sinn macht, zu toppen und Sachen übereinander zu stapeln. Und das kann ich absolut verstehen. Dieses ganze Thema, Topping und Schichten und Pflegen und Auffrischen, ist sehr, sehr kompliziert. Es gibt hier viele verschiedene Empfehlungen. Muss man aber ganz klar sagen, es gibt auch viele verschiedene Empfehlungen, die sich teilweise widersprechen. Und insbesondere dann, wenn solche Empfehlungen von Herstellern kommen, muss ich euch ganz klar sagen, diese Aussagen von Ja, man kann Sachen übereinander stapeln, sind oftmals auch, wenn man dann wirklich mit den Herstellern spricht, also nochmal nachhakt und nachfragt, einzig und alleine der Tatsache geschuldet, dass sie es für euch Konsumenten einfach halten wollen. Und weil sie ganz genau wissen, wenn sie es richtig erklären würden, dann müssten sie sagen, Ja, man kann, aber, und dieses Aber, das müsste man sehr lange ausformulieren. Und dann seid ihr als Konsumenten, gerade Einsteiger, oftmals verwirrt. Und darauf verzichten die Hersteller bewusst, weil sie es für euch einfach halten wollen. Und weil sie genau wissen, wenn sie es ausführen würden, würden sie wahrscheinlich auch weniger Zeug verkaufen. Das ist der Punkt. Und wir gehen jetzt mal an dieser Stelle des Videos nochmal auf diese verschiedenen Spezialfälle ein. Und bevor ich damit anfange, muss ich euch eine Sache nochmal in Erinnerung rufen. Ich hatte das in einem einzelnen, separaten Video schon mal gesagt. Das verlinke ich euch hier oben. Das könnt ihr euch anschauen. Dort erkläre ich es ausführlich. Jedes Autopflegeprodukt ist kompromissbehaft. Diesen Satz hört ihr von mir sehr, sehr oft. Den werdet ihr auch noch sehr, sehr oft hören. Insbesondere Versiegelungen. Es gibt keine Versiegelung auf dem Markt, die perfekt ist, die alles mit sich bringt. Die beispielsweise sehr einfach und schnell in der Anwendung ist, die wenig Geld kostet, die perfekte Lackglätte erzeugt, die eine absolut perfekt, wunderschön ausgeprägte Hydrophobie hat, die noch dazu sehr standfest ist, die toll riecht, die schön präsentiert ist, die nicht anfällig auf Wasserflecken ist und so weiter und so fort. Diese Versiegelung gibt es nicht. Alle Versiegelungen sind kompromissbehaftet. Und das Thema Topping und Aufeinanderschichten ist leider oftmals der Versuch, diese einfache Tatsache zu vergessen oder zu umgehen. Und der Versuch, irgendwas zu kreieren, was danach perfekt ist. Nur, wenn es so einfach wäre, dass man sich einfach zwei verschiedene Produkte, vielleicht auch von zwei verschiedenen Herstellern, nimmt, die zusammenmixt und dann auf den Lack schmeißt, wenn das so einfach wäre, glaubt ihr denn nicht, dass diese Hersteller uns diese Produkte von vornherein an die Hand geben würden? Diese Hersteller geben zum Teil Millionen von Euro pro Jahr aus, um diese Produkte zu entwickeln. Also ich bin absolut hundertprozentig davon überzeugt, wenn es möglich wäre, das perfekte Pflege- beziehungsweise Versiegelungsprodukt uns zu geben, dann würde uns das ein Hersteller geben, weil er würde sich dumm und dämlich verdienen. Es ist ganz einfach so, dass alle diese Produkte kompromissbehaftet sind. Und deswegen ist es auch egal, von welcher Versiegelungskategorie wir sprechen. Die Grundsätze von dem, was ich euch in diesem Video erklärt habe, die bleiben immer die gleichen. Wir gehen mal schnell durch und wir gehen auf einen sehr populären Fall ein, in Bezug auf den oftmals Topping empfohlen wird oder die Hersteller euch sagen, ja, das geht. Keramikversiegelungen. Ich habe hier das Gian Pure Evo. Und Gian ist halt wirklich ein Hersteller, der euch sagt, ja, es geht. Ich kann mir auch das Gian Q2 Wax auf die Keramik auftragen. Und ja, es geht. Ich kann mir auch den Gian Q2 Detailer aufs Wax auftragen. Und ja, es geht. Ich kann mir auch die Gian Q2 Wetcoat Nassversiegelung auf die Keramik auftragen. Wenn Gion das sagt, alles gut und schön. Nur es ändert nichts an allem, was ich euch gesagt habe. Wenn ihr euch irgendein anderes Produkt auf die Keramik selbst auftragt, dann werdet ihr sie überdecken. Das heißt, ihr verliert zumindest kurzzeitig die Eigenschaften der Keramikversiegelung. Ihr gewinnt die wahrscheinlich schwächeren Eigenschaften von dem Produkt, was ihr euch obendrauf auftragt, ohne dass ich persönlich davon überzeugt bin, dass wir beispielsweise erreichen, dass die Keramik länger hält. Aus allen Gründen, die ich euch vorher gerade genannt habe. Jetzt ist es aber so, und das ist jetzt wirklich halt ein Spezialfall, Gian hat ja noch das Q2 Cure. Bei CarPro ist es beispielsweise noch das Release, das neuere Produkt oder auch das Reload. Und beide Hersteller empfehlen euch, diese Produkte auf eine frisch aufgetragene Keramikversiegelung drüber zu legen, wenn ihr nicht sicherstellen könnt, dass das Auto beispielsweise 24 oder 48 Stunden oder eine Woche nach dem Auftrag von so einer Keramikversiegelung in einer Garage stehen bleibt, sondern wieder rausgeht und vor allem auch nass wird und es kommt Regen drauf. Das ist ein Sonderfall. Und das liegt daran, dass Keramikversiegelungen alle tendenziell anfällig sind für Wasserflecken. Wenn hier Wasser drauf landet und ihr lasst das eintrocknen, dann werden sich diese Wasserflecken beziehungsweise die Mineralien, die in diesen Wasserflecken drin sind, wenn das Wasser verdampft und die Mineralien zurückbleiben, die können sich in die Keramik und dann ultimativ auch irgendwann an der Keramik vorbei in den Lack einfressen, weil diese Versiegelungen so standfest und vor allem auch vergleichsweise, also verglichen mit Wachsen, hart sind. Das ist der inhärente Nachteil von einer Keramikversiegelung. Und dieser Spezialfall, dass euch diese Hersteller sagen, wenn ihr eben nicht sicherstellen könnt, dass die Keramik genug Zeit hat, um auszureagieren, dann tragt euch bitte solche Produkte hier auf und dann könnt ihr wieder raus in die Elemente fahren. Auch das wieder, das ist ein Kompromiss, ganz klar. Das Optimum ist, ihr tragt euch diese Keramik auf und lasst sie, solange wie sie braucht, ausreagieren. Wenn wir jetzt als Anwender hingehen und sagen, ja, aber das Auto muss raus, der Kunde drängt oder ich habe keine Zeit oder ich habe die Garage nur so lange gemietet. Das sind unsere persönlichen Probleme. Und wir können nicht und wir dürfen nicht erwarten, dass solche Notlösungen und das sind sie am Ende. Es sind Notlösungen, die grundlegenden Gesetze der Chemie und der Physik außer Kraft setzen. Ich verlinke euch nämlich hier oben mal ein Video des australischen YouTube-Kanals CarCraft Auto Detailing. Der hat zum Beispiel ganz klar gezeigt, dass es einer Keramikversiegelung von Gion tendenziell eher nicht so gut tut, wenn man das Wachs direkt nach dem Auftrag aufträgt, wie Gion ja es empfiehlt oder sagt, das geht. Und das führt halt darauf zurück, was ich euch vorher gesagt habe. Selbst wenn so ein Hersteller euch sagt, das geht, dann beruht das nicht immer auf Forschungsergebnissen, sondern oftmals eben auch auf dem Versuch, es für euch einfach zu halten. Ja, diesen Spezialfall, dass ihr euch eine Keramik auftragt und das Auto muss halt schneller, als es für diese Keramik gut wäre, wieder raus, der kann Sinn machen. Ja, ihr könnt dann so ein Produkt hier wie das Cure oder das Reload von CarPro oder das Release von CarPro anwenden. Nur ändert es nichts an alledem, was ich euch in diesem Video gesagt habe. Das ist nicht ideal. Ihr werdet euch die Keramik überdecken. Im schlimmsten Fall werdet ihr auf lange Sicht gesehen die Keramik sogar schädigen. Es ist nicht ideal und daran ändert auch irgendein Toppingprodukt nichts. Wir bleiben gerade beim Fall von Keramikversiegelungen und auch hier wieder das Thema Wasserflecken ist halt bei Keramikversiegelungen eines. Das ist mittlerweile bekannt, das stört viele von euch und dann versucht ihr etwas zu konstruieren, um das zu umgehen. Indem ihr zum Beispiel sagt, ich trage mir die Keramik auf und ich trage mir zusätzlich auf die Keramik ein Wachs auf, weil ja Wachse grundsätzlich weniger anfällig für Wasserflecken sind und das stimmt. Nur, auch hier ändern sich die Grundsätze der Chemie und der Physik nicht. Wenn ihr euch eine Keramik mit einem Wachs überdeckt oder zuschmiert, dann verliert ihr die Eigenschaften der Keramikversiegelungen und ihr gewinnt die Eigenschaften des Wachses, das ihr verwendet. Wenn das kein Wachs ist, was von sich aus eine sehr starke Hydrophobie mit sich bringt, dann werdet ihr kein schönes Abperlverhalten haben. Und was ihr definitiv nicht haben werdet, ist in gleichem Maße den Easy-to-Clean, den Selbstreinigungseffekt, das heißt, dass die nächste Wäsche einfacher wird oder dass das Auto länger sauber bleibt, weil das ist eine Eigenschaft, die bringen vor allem Keramikversiegelungen mit. Wachse in weitaus geringerem Maße und diese Eigenschaften verliert ihr, wenn ihr ein Wachs drüberlegt. Das heißt, ultimativ folgendes, wenn ihr Angst vor Wasserflecken habt und das geht jetzt wieder zurück auf das Thema der Kompromisse, was ich euch vorgesagt habe. Wenn ihr Angst vor Wasserflecken habt, dann tragt euch keine Keramikversiegelung auf. Es ist so einfach. Dann müsst ihr halt auf die Vorteile von der Keramikversiegelung, wie die lange Standzeit, verzichten, wenn ihr so sehr Angst vor Wasserflecken habt. Dann holt euch lieber eine gut funktionierende, eine langanhaltende Polymerversiegelung oder ein Wachs, was lange hält, weil diese Versiegelungen werden das Problem von Wasserflecken gar nicht oder in weitaus geringerem Maße haben. Das heißt, Topping-Schichten pflegen und auffrischen löst uns die grundlegenden Probleme von einer Versiegelung nicht. Und das war mir an dieser Stelle extrem wichtig, dass ich das nochmal erwähne. Ja, es gibt Wachse, wie jetzt zum Beispiel das Soft 99 Hydrogloss, wo Soft 99 sagt, das ist explizit darauf ausgelegt, um auf Keramikversiegelungen aufgetragen zu werden, um unter anderem das Problem von Wasserflecken anzugehen. Ja, das funktioniert, das könnt ihr machen, nur es ändert nichts dran, dass wenn ihr euch dieses Wachs auftragt, dass ihr eure Keramik abdeckt und überdeckt. Es ist nicht möglich, sich so ein Wachs auf einer Keramik aufzutragen und die Vorteile von einer Keramik zu haben, ohne dass man die Nachteile von Wasserflecken hat. Das funktioniert ganz einfach nicht. Auch Sonax beispielsweise sagt ja, man kann die Ceramic-Spray-Versiegelung als Topping oder als Pflege für die Sonax-CC-Evo-Keramik-Versiegelung verwenden. Ja, Sonax sagt, dass das geht. Das ändert aber nichts dran, dass dieses Produkt hier die Keramik-Versiegelung überdecken wird. Und deswegen ist es auch völlig egal, von welcher Kategorie von Versiegelungsprodukten wir sprechen. Aus meiner persönlichen Sicht ist es wie folgt, solange wir von allen sprühbaren Produkten sprechen, Quick-Detailer, Nass-Versiegelungen, Sprühwachse und Sprühversiegelungen, dort macht das Toppen und das Auffrischen und das Pflegen absolut keinen Sinn. Weil diese Produkte sowieso nur relativ dünn auf eurem Lack aufliegen, ist es so, wenn ihr merkt, dass so ein Produkt nicht mehr so performt, wie es soll, nehmt ihr euch einfach die Flasche und tragt es nochmal neu auf. Ihr müsst da auch nicht nochmal polieren oder entfetten oder sonst was. Ihr wascht euer Auto und dann tragt ihr euch die Versiegelung einfach nochmal auf. Und das ist echtes Auffrischen, wenn man das gleiche Produkt wiederverwendet. Im Bereich der Detailer oder Sprühwachse und Sprühversiegelungen, Sachen zu mischen und übereinander zu legen, macht aus meiner Sicht absolut keinen Sinn. Es bringt euch keine Vorteile. Wenn wir von pastösen Wachsen sprechen, auch dann macht es keinen Sinn. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr tragt euch ein Wachs auf und ihr pflegt das darin, dass ihr einen Detailer drüberlegt und ihr verlängert die Standzeit von so einem Wachs, dann habt ihr euch, glaube ich, grundsätzlich für das falsche Produkt entschieden. Pastöse Wachse sind nicht die Form von Versiegelung, die am längsten hält. Das ist nicht möglich. Beziehungsweise anders gesagt, dann müsstet ihr euch von Anfang an für ein Wachs entscheiden, was sowieso sehr lange hält. Softnight hinein Fusselcoat oder auch hier das Neowax Nummer 2. Wenn ihr euch ein Showwax auftragt oder ein sehr einfaches Einsteigerwachs, Dodo Juice, Banana Armor hier zum Beispiel und ihr da anfangt, Sachen nachzupflegen oder drüber zu legen, um die Standzeit zu verlängern, lasst es bleiben. Das wird euch nichts bringen. Das ist das Beispiel, was ich euch vorher mit dem Toast und der Salami gezeigt habe. Das grundsätzliche Problem, warum diese nicht so lange halten, ist die Anhaftung von diesen Wachsen auf dem Lack. Die ist einfach nicht so stark gegeben und da macht kein Topping und kein Pflegen und kein Auffrischen wirklich Sinn. Weiteres und anderes sehr klassisches Beispiel. Das Softnight hinein Fusselcoat ist eines der standfestesten, langanhaltendsten und hydrophobsten Wachse, was es überhaupt auf dem Markt gibt. Und jetzt gibt es von Softnight hinein ein Produkt, nämlich das Speed and Barrier, was sozusagen das offizielle Nachpflege- oder Toppingprodukt ist, wo Softnight hinein sagt, die sind aufeinander abgestimmt oder die haben ähnliche Inhaltsstoffe. Nur meiner Erfahrung nach ist es so, dass wir uns, wenn wir dieses Produkt hier verwenden und das darauf auftragen und das hier damit pflegen, werden wir uns das Abperlverhalten verschlechtern, weil das Abperlverhalten von diesem Wachs hier ist massiv besser, als es das von Softnight hinein Speed und Barrier ist. Und genau das ist das Problem. Selbst wenn wir jetzt hingehen und den Herstellern glauben, dass die hier aufeinander abgestimmt sind, selbst wenn wir davon überzeugt sind, dass die Inhaltsstoffe aufeinander abgestimmt sind, kann es trotzdem sein, dass wir uns hier, wenn wir solche Produkte aufeinander stapeln, trotzdem gewisse Dinge verschlechtern. Wenn ihr eine Keramikversiegelung auf eurem Auto drauf habt, das ist die Form von Versiegelung, die am längsten halten wird, die bringt aber ihre eigenen Nachteile mit sich. Wenn ihr hier davon überzeugt seid, dass Keramikversiegelungen dazu in der Lage sind, den Lack vor Kratzern zu schützen, das ist sehr umstritten und meine persönliche Meinung hierzu ist, aller, allerhöchstens schützen Keramikversiegelungen vor ganz, ganz leichten Waschkratzern. Wenn ihr davon überzeugt seid, dass eine Keramikversiegelung das kann, ihr aber gleichzeitig verhindern wollt, dass ihr das Wasserfleckenproblem habt, ja, dann könnt ihr euch entweder sprühbare Produkte oder pastöse Wachse drüberlegen, weil dann habt ihr den Vorteil des Schutzes vor leichten Kratzern der Keramik, eliminiert oder verringert aber den Nachteil der Wasserfleckenbildung, wenn ihr diese Sachen übereinander legt. Das ist so ziemlich der einzige Fall, der aus meiner persönlichen Sicht Sinn macht, wenn wir über Topping oder über das Stapeln von Produkten sprechen. Nochmal, wie gesagt, ihr verliert aber die selbstreinigenden Eigenschaften, die Easy-to-Clean-Eigenschaften und die Hydrophobie der Keramik, wenn ihr das macht. Wenn wir von Polymerversiegelungen sprechen, das ist sowieso eine Produktkategorie, wo ich persönlich davon überzeugt bin, das ist mitunter der beste Kompromiss, den es überhaupt gibt. Sie haben das Wasserfleckenproblem nicht oder nur in sehr geringem Maße. Sie lassen sich einigermaßen einfach verteilen und auftragen. Sie sind wesentlich einfacher und schneller und problemloser als es Keramikversiegelungen sind und sie halten trotzdem sehr, sehr lange. Bei den Produkten hier macht Topping aus meiner Sicht wieder absolut keinen Sinn, wenn ihr euch für eine Polymerversiegelung entscheidet, die von Natur aus und von sich aus schon lange hält und eine schöne Hydrophobie mit sich bringt. Wie beispielsweise das Sonax Polymanette Schild, das Softdine-Tine-Infussel-Code F7 oder auch das Dodo Juice Iron Gloss drei fantastische Polymerversiegelungen. Und ich glaube, so haben wir jetzt auch über alle möglichen potenziellen Spezialfälle gesprochen, in Bezug auf die euch oft gesagt wird, dass Topping und das Schichten und das Pflegen doch Sinn machen könnte. Ich glaube und ich bin der festen Überzeugung, dass wir dieses Argument, diesen Diskurs und diese, ja es sind fast schon Streitgespräche zwischen dem Lager, das das Topping und das Pflegen und das Auffrischen befürwortet und denen, die finden, das ist absoluter Quatsch, das werden wir nicht lösen können. Das wird niemand lösen können, das wird auch dieses Video nicht lösen. Ich glaube aber, was dieses Video euch gebracht hat, ist, dass ihr die Argumente der jeweiligen Lager besser versteht, besser nachvollziehen könnt und jetzt auch vor allem für euch entscheiden könnt, in welche Richtung es euch eher zieht. Ich habe es versucht, so objektiv und sachlich wie möglich zu machen und euch beide Seiten der Medaille zu präsentieren. Ihr habt aber schon gemerkt, ganz so objektiv und ganz so sachlich kann ich gar nicht sein, weil ich persönlich ganz klar eher auf der Seite der Personen bin, die sagen, es Topping, Nachpflegen, Auffrischen macht aus meiner Sicht keinen Sinn. Ich glaube gerade das Beispiel des Butterbrotes sollte euch gezeigt haben, dass wenn wir verschiedene Versiegelungen aufeinander stapeln, dann frischen wir nichts auf. Das ist per Definition kein Auffrischen und das ist gar nicht möglich. Die einzige Art und Weise, wie man eine Versiegelung auffrischen würde, ist mit sich selbst. Also wenn ich auf den Toast Butter auftrage und dann nach einer gewissen Zeit nochmal Butter auftrage oder ich entscheide mich für eins von diesen wunderschönen Wachsen, trage das auf und wenn es nach einer gewissen Zeit nicht mehr so performt, wie ich mir das vorstelle, dann trage ich das gleiche Wachs nochmal auf. Das ist per Definition Auffrischen. Wenn ich mir irgendein anderes Produkt da drauf schmiere, dann ist das kein Auffrischen. Es ist ein Überlagern der ursprünglichen Versiegelung und das ist mitunter einer der Hauptgründe, warum ich persönlich nicht daran glaube, dass dieses Auffrischen sinnvoll ist. Erinnert euch zurück an das Beispiel mit der kugelsicheren Weste. Wenn ich mir eine Versiegelung auftrage auf den Lack, die ich ständig mit irgendwas auffrischen muss, dann habe ich mich schlichtweg für die falsche Versiegelung entschieden. Dann muss ich doch von Anfang an eine Versiegelung wählen, die die Eigenschaften mitbringt, die ich von der Versiegelung auch erwarte. Jetzt wird es die Leute geben und die sind irgendwo in der Mitte zwischen diesen beiden Lagern, die euch sagen, wenn Topping Sinn macht, dann sollte man, wenn man, sagen wir mal, wir haben jetzt ein Produkt wie das Gion One Evo, das ein schönes, ausgeprägtes Abperlverhalten mit sich bringt. Das Einzige, was irgendwie Sinn machen würde, wäre, wenn ich jetzt ein Produkt auftrage und das hier ist es definitiv nicht, zusätzlich über diese Keramik drüberlege, das ebenfalls ein schönes, starkes, ausgeprägtes Abperlverhalten mit sich bringt. Beispielsweise Maguire's Hybrid Ceramic Wax oder Hybrid Ceramic Detailer, ADBL Synthetic Spray Wax oder ADBL Quick Wax, das Dr. Wack A1 High-End Spray Wax oder die Sonax Ceramic Spray Versiegelung oder der Sonax Brilliant Shine Detailer. Um einfach nur ein paar Beispiele zu nennen, weil wenn ich mir diese Produkte auf diese Keramik auftrage, dann verliere ich wenigstens das Abperlverhalten nicht. Soweit stimmt das und dem würde ich auch zustimmen. Nur, wenn es euch nur darum geht, dass ihr ein schönes Abperlverhalten auf dem Lack habt, warum nehmt ihr dann nicht von Anfang an nur diese Sprühversiegelungen? Was ist der Mehrwert der Keramik Versiegelung, wenn es euch nur ums Abperlverhalten geht? Denkt zurück an das Beispiel mit der kugelsicheren Weste. Das Topping oder das Auftragen dieser hydrophoben Sprühversiegelungen auf eine hydrophobe Keramik wird nicht dazu führen, dass die länger hält und es wird nicht dazu führen, dass ihr diese irgendwie auffrischt. Das funktioniert ganz einfach nicht. Die Kräfte, die auf diese zwei Versiegelungen einwirken und in der Lage sind, sie anzugreifen und abzutragen, sind in der Regel so groß, dass sie direkt und durch dieses Blatt Papier, durch die Sprühversiegelung durchschlagen und auf die Keramik einwirken. Das sind einfach die einfachen Gesetze der Chemie und der Physik und deswegen bin ich persönlich am Ende ganz klar der Meinung, wenn ihr euch eine Versiegelung auf euer Auto auftragt, dann pflegt ihr die am besten, indem ihr euer Auto einfach so sanft wie möglich wascht. Mit pH-neutralen, puren Shampoos ohne irgendwelche Zusätze. Also keine Versiegelungs-Shampoos, keine Wash & Wax-Shampoos. Ihr solltet auch in einem ersten Schritt mal keine alkalischen Vorreiniger verwenden. Ihr solltet keine sauren Shampoos verwenden, um irgendwas frei zu waschen. Lasst eure Versiegelungen einfach Versiegelungen sein und erst wenn ihr feststellt, dass diese anfangen zu schwächeln, dann können wir uns gemeinsam überlegen, woran könnte das liegen und macht vielleicht der Einsatz von Chemie Sinn, macht vielleicht der Auftrag von einem anderen Produkt Sinn, einfach um das Abperlverhalten wieder aufzufrischen, weil das ist es am Ende, was wir auffrischen, das Abperlverhalten, nicht das Produkt, wir frischen nur das Abperlverhalten auf oder ist es vielleicht Zeit, die Versiegelung komplett neu aufzutragen. Das ist meine persönliche Meinung, wenn es ums Thema Topping, Schichten, Layering, Auffrischen, Pflegen, Nachpflegen oder sonst irgendwas geht, wie man das Phänomen sonst noch nennen wollen würde. Eine Sache ist mir bei alledem, was ich euch gerade gesagt habe, enorm wichtig. Wenn ihr jemand seid, der absolut hundertprozentig davon überzeugt ist, dass Topping und Schichten und Auffrischen und Pflegen funktioniert, viel wichtiger aber noch, wenn es euch Spaß macht, zuerst das Wachs zu verwenden und dann das Wachs darüber aufzutragen oder dann diesen Quick Detailer einmal pro Woche nach der Wäsche zu verwenden, um Himmelswillen, dann macht das auch weiterhin. Dieses Video hier war ein Versuch, sich mit dem ganzen Thema von Topping, Schichten, Pflegen und Auffrischen sachlich und objektiv auseinanderzusetzen und euch sowohl Argumente zu liefern, die dafür sprechen, als auch Argumente, die dagegen sprechen, dass das Ganze Sinn macht. Wenn ihr davon überzeugt seid, dass das funktioniert, dass das Sinn macht, dass das eurer Versiegelung hilft, dass sie länger hält, viel wichtiger aber noch, wenn euch das Spaß macht, dann bitte macht das weiterhin und lasst euch weder von mir noch von irgendjemand anderem davon abhalten. Wenn das Video für euch hilfreich, aufschlussreich, spannend und interessant war, würde es uns sehr freuen, wenn ihr uns einen Daumen nach oben da lasst, unterstützt den Kanal auch gerne mit einem kostenlosen Abo und schaltet zum nächsten Video wieder ein. Servus!